Wenn ich zum ersten Mal gesagt habe, du Papa, Mama, ich glaube, ich möchte Musiker werden, habe ich gesagt, Junge, Junge, lerne was Vernünftiges. Ich bin nicht unterliebt, so. Lerne was Vernünftiges. So ein Musiker, das ist so ein Leben mit unstetig, mit leicht Mädchen und Drogen, was sich da alles als Lebenversprechungen herausgestellt hat. Das folgende Lied handelt jetzt von der Situation, wo ich zum ersten Mal auf der Bühne stand und Erwartungen und Realität aufeinandertrafen und ich feststellen musste, sie waren sich vorher noch nie begegnet. So ein Musiker. Die Mädchen kreischen und wollen mich an. Sie messen Mützchen und Kuschelbeeren, sie sind völlig verrückt von der Ohnmacht nach. Sie wollen nichts als ihren Style, der mit coolen Blicken die Menge schweift und mit lässiger Miene zum Mikro greift. Und die Mädels werden zum Tier, warum nie bei mir? Ich bin kein Star, meinen Körper will kein Wookiee sehen. Dabei ist er schön und ich bin nicht auch voll im Trend. Doch mein Fanclub ist nicht existent, Stars sind nie allein. Doch meine Hände wackeln keine Schweine. Ich habe alles versucht, doch was Nütz verwendet, wenn es keine Sau erkennt. Und singe ich, drehe die Mädels sich um, keine einzige bringt sie für mich. Und das ist passendlich für dir, warum nie bei mir? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Und dann wird dich kein Sal, keine weiße, ich entleut vor Ort. Was ich auch treib, ich wär' ewig und allein, ein Wasser im Garei an uns ein. Warum nie bei mir?